Ja, hallihallo Freunde, da sind wir wieder bei Monkey Island 2, ja. Ich hab mir gedacht, ich spiel jetzt ein bisschen, um die Zeit ein bisschen zu vertreiben und auch, weil ich Lust drauf habe. Ja, ich hab jetzt gerade DSDS geguckt, jetzt gleich kommt Dschungelcamp, boah, einfach viel zu viel zum Gucken. So, wir sind hier immer noch auf Booty Island, wir müssen jetzt mal nach Scab Island. Where do you want to go? Where do you want to go? Und zwar, erinnert ihr euch vielleicht noch, auf Scab Island hatten wir, das war direkt das, oh Gott, wo war die in der Tür hin? Hallo, Scab Island, nicht wieder zurück. Hatten wir direkt die erste Hütte auf der rechten Seite von Guybrush ausgesehen. Da hatten wir ein Haus, wo ich gesagt habe, da kommen wir später. Ja, und die fahren wirklich wieder zurück. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ähm, ja, und da müssen wir jetzt hin, denn das ist ein Schreiner und von dem brauchen wir Hammer und Nägel. Ach du liebe Zeit. Jetzt kommt das große Haus. Ah, es sieht gut aus. Ja, jetzt nochmal kurz aus der Karte raus. Ah, wir sind da. So, und, ähm, ja, hier rein. Walk to door. Alles auf Englisch. Ja. Da ist er. Schaut euch den Unterschied an, heiliges Löttchen, ey. Nicht schlecht. Ja, ähm, hier die Nägel brauchen wir. Die können wir allerdings noch nicht nehmen, denn... What do you think you're doing? I need all of them. Ah, Geilzhalz. Deswegen müssen wir für Abdeckung sorgen. Und, äh, die drei Piraten hier hinten im Wäscheschiff... Schiff... Wäschespinne, wollte ich jetzt gerade sagen. Ähm, die können uns da helfen, jedenfalls einer davon. Nämlich... Das gute Ding hier, das Holzbein. Können wir uns das mal anschauen? Nice. Mua. Ich glaube, sie würden sich interessiert. Äh, ach nee, nicht die Männer. Nein, 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 nein. Das Holzbein. Und jetzt schnell verschwinden. Jetzt bin ich gespannt. Ja, herrlich, oder? Geil, geil, geil. Ach, da guck mal, da sitzt sogar ein Frosch. Habt das gesehen? Nein, geil, Frosch. Da rein. Es sagt, raus auf Hauskoll. Bitte komm wieder. Genau. Genau, das können wir leider nicht mitnehmen. Ich will es nicht. Moment, was war denn da noch? Drücke-Schild? Zieh-Schild? Ich fühle mich nicht. Egal, wir brauchen auf jeden Fall die Nägel. Zack. Und den Hammer. Ja, und das war's. Jetzt können wir wieder zurück nach Booty Island. Und, äh, ja. Dann lasst euch überraschen. Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schade, dass ich das Spiel hier schon in- und auswendig kenne. Aber naja, was will man machen? Where do you want to go? How do you want to go? So, da sind wir. Und wir gehen jetzt nochmal zu Stan. Da rein. Ach ja, Katie ist jetzt ja auch immer noch im Knast. Well, well, well. I knew you'd come back. My customers always do. Eventually. I'm looking for a good-used coffin. Amazing. When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good-used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see. Ich hab mich gerade eben gefragt, dass wir einen gebrauchen. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that legroom. There's room in there for Long John Silver himself. Here. Let me get in and show you. Genau. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? Could you show me that coffin again? Of course. I could spend a lot of time in a coffin like this. But it's open. It's just as roomy closed. Here. Let me show you. Sure, sure. Try out the lid operation. See? Look at how freely I can wiggle my toes. This thing's bigger than my kitchen. You know, a person's coffin should reflect their situation. Yeah, and now we're going to finally take the big spoon. I hear you knocking up there. That's solid oak you're hearing. Yes, it sure is nice in here. Hey, I think the lid's stuck. Be there in a minute. Excuse me, friend. Could you see if the clasp is closed on this thing? Be there in a minute. Be there in a minute. Hello? Anybody out there? This is cool. Yahoo! Help! I can't get out of here. Okay. A joke's a joke. No, get me out of here. Open this coffin right now. Anybody? I really am close to fullback. Someone's going to pay for this. I'd bust out of here, but the dang thing's built too well. Well, if I had to be stuck in a coffin, at least it's the deluxe model. Hmm, really is pretty roomy. Yeah, good chance. I hope this thing's not fair or tight. Are you still out there? Hello? Hello? Juhu! Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ach ja, genau, wir haben ja jetzt die Angel. Das heißt, wir können hier nochmal zu den Klippen dort, wo das Kartenstück ist. Hier vorne. Und dort können wir jetzt unsere Angel benutzen. Dummerweise. Hm, die hören sie auch schon. Da ist sie. So ein blödes Flattervieh. Dang. Ha, 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 ha. So. Dann folgen wir dieser, was war's, Schwalbe? Ne, Taube war es nicht. Was war das für ein Vogel? Schwalbe, oder? Hm, egal. So, hier kommt es jetzt gleich zum Tanz, denn wir müssen hier hoch, dummerweise. Komm, gehen wir hier hoch. Zack. Achtung. Ach ne, Moment. Das, äh, nein, 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 nein. Die Planke hält's ja. Wir, genau, das Ruder. Wir müssen das Ruder rumreißen. Jetzt aber, Achtung! Und jetzt halt ich meine Klappe. Auch! Das tut wirklich. hurts. Oh, wait a minute. Something very strange is going on here. Do not attempt to adjust your set. Dad? Mom? What are you two doing here? We came looking for you. Where have you been? You came looking for me? But I thought you abandoned me. Why would we do that? We are such loving parents. Yes, we are. So, what do you two want? We have some information for you, son. Really? Great! What is it? Well, we're going to give it to you in the form of a song. Oh, okay. Achtung! Schau doch die fratze von dem an! Ha! they're good! The head bone connected to the hip bone, hip bone connected to the arm bone, the arm bone connected to the head bone. I gotta write this down. The head bone's connected to the rib bone, hip bone connected to the hip bone, hip bone connected to the arm bone, the hip bone connected to the arm bone. Yikes! What is it? What's wrong? Why did you leave me again? Boo! Well, Chuck, but I killed you! You didn't kill me, you little moron! I was already a ghost when you met me! You just destroyed my spiritual essence. A favor that I will now return. Aaaaaaaaah! Wow! What a dream! Ja! Was für ein Traum, Freunde! Allerdings! Ach ja, so! Und das zerbrochene Ruder! Zack! Nehmen wir mit! Hier hinten! Komm mal leider nicht rein! Das zeig ich euch auch noch mal! Oh! Wir kommen rein! Oh, wir kommen rein! Oh, rustig! Eh, nein, danke! Nur die schwarzen Plätze sind in der Katalog! Haha! Okay, das wusste ich gar nicht, dass wir da reinkommen! Okay, so! Wir müssen aber da hoch! Und die Planke und das Ruder sind schon mal relativ gut dafür! Dadurch, dass das Ruder jetzt kaputt ist, müssen wir natürlich... Where do you want to go? Where do you want to go? Müssen wir natürlich da etwas dran machen und es reparieren! Ja! Und wer kann am besten mit Hammer und Nägel umgehen? Natürlich unser Zimmermann! Deswegen... Na! Gehen wir eben das Ganze! Und er repariert es uns für uns! Excuse me! Could you take a look at this? Hmm... Looks like a massive fracture! You're gonna be using this? I better reinforce it for you! Here you go, boy! Steel Schenk! Alloy Splints! Better than new! Ha! Das alles in... 3 Sekunden! Ja! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Das Handwerk! Ohne dem geht es nicht! Äh, so Freunde! Aber, ähm... Es geht hier auch jetzt nicht mehr weiter! Die Zeit ist erreicht! Wir sehen uns jetzt gleich direkt in der nächsten Teil wieder! Freut euch! Bis dahin! Ende Februar 18 hat Jööööööö!